Egger Möbelfertigteile, so individuell wie die Wünsche Ihrer Kunden. Basierend auf unserer 25-jährigen Erfahrung im Bereich Möbelfertigteile bieten wir Kompetenz in Beratung, Planung und Umsetzung. Je nach Bedarf unterstützen wir Sie bei der Materialberatung, erstellen individuelle Konzepte und bieten Ihnen Ihr maßgeschneidertes Servicepaket für eine reibungslose Abwicklung. Sie profitieren von unserem Innovationsstrebe. Die beschlagsfreie Klicktechnologie, die Eurolight Leichtbauplatten oder die Arbeitsplatten mit Stützkante entstanden durch unser innovatives Denken und Handeln. Wichtig ist uns auch die stete Weiterentwicklung bei Dekoren und Strukturen. Beständigkeit und Kontinuität sind Komponenten, die Ihnen als Kunden die Sicherheit geben und die Basis für eine langfristige Partnerschaft bilden. Mit unseren vier vernetzten Fertigteile-Standorten Bünde, St. John in Tirol, Rambavillier und unserem Partner Horadec bieten wir Ihnen durch ausreichende Kapazität und verlässlichen termingerechter Lieferung diese Sicherheit auch im Bereich der Möbelfertigteile. Ganz nach Ihrem Bedarf fertigen wir auf unseren hochmodernen Anlagen gefräste, bekanntete und gebohrte Möbelfertigteile. Die Bekanntung erfolgt mit ABS, PMMA oder PP-Kanten auf Basis einer IVA, feuchtebeständigen PUR oder optisch brillanten Nullfugenverklebung. Unser Leistungspaket enthält im Durchlauf gefertigte Konstruktions- und Reihenlochbohrungen, komplexe, stationär gefertigte Fräsungen sowie das Setzen von Dübeln. Das komplette Teilespektrum reicht von einfachen Korpusteilen über hochwertige Fronten bis hin zu komplexen Freiformteilen. Ebenso kann das Klickprofil für eine beschlagsfreie und werkzeuglose Montage von Möbeln angefräst werden. Eurolight Leichtbauplatten werden in St. Johann beriegelt, bekanntet und gebohrt. Stückzahlgenaue Lieferung bietet Ihnen die gewünschte Flexibilität im Objektbereich. Selbst Stückzahl 1 können wir dank unseres langjährigen Partners Horrotec für Sie umsetzen. Unser zuständiger Projekttechniker entscheidet, an welchem der vier Produktionsstandorte Ihre Teile optimal gefertigt werden können. Den gesamten Produktionsprozess steuern und überwachen wir durch den Einsatz von CAD-CAM, RFID und einem durchgängigen Fertigungsleitsystem. Unser Leitmotiv, mehr aus Holz, stellt Produktlösungen in höchster Qualität klar in den Fokus. In unseren Laboren wird diese Vision zur berechenbaren Formel. Täglich prüfen wir gruppenweit die Produkteigenschaften unserer Materialien mit neuesten Technologien. Im Bereich der Möbelfertigteile sichern wir zusätzlich zu den Laborprüfungen mit fix installierten optischen Inspektionssystemen die Qualität in den automatisierten Prozessen. Unser Ansporn ist es, die Fertigungsmethoden und Kontrollsysteme ständig weiterzuentwickeln, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen. Unser jüngstes Möbelfertigteilewerk am Standort Rombervier fertigt Schubladen, Einlege und Regalböden für die europäische Möbelindustrie. Der Fokus liegt hier auf Geschwindigkeit, schlanker Fertigung in hohen Losgrößen und einer optimierten Produktionskette vom Zuschnitt bis hin zur automatischen Verpackungslinie. Neben der Verpackung auf Einweg- oder Europaletten sind auch kundenindividuelle Varianten möglich. Lagervorhaltung für Just-in-Time-Belieferungen sind umsetzbar und bieten Ihnen 100%ige Fertigungsflexibilität bei optimierter Lagerfläche. Bedarfsgerechte Losgröße, einsatzoptimiertes Trägermaterial, individuelle Konzepte durch Korpus-, Fronten- und Freiformteilefertigung, durchgängiges Design mit Materialien aus einer Hand, vier Möbelfertigteilwerke für zuverlässige Liefersicherheit. Egger Möbelfertigteile – so individuell wie die Wünsche Ihrer Kunden.